Wie ist das? Ja, ich darf nicht aufnehmen. Ich sehe. Jetzt ist ich kein Flug. Leo typisch wie jedes Jahr beim Zahnbauen. 3 Stunden Zahnbauen, 3 Stunden Abbauen, 4 Stunden Fliegen. Das ist ja das. Ich habe die gleiche Scheiße. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Leer wie immer beim Zahnbauen. Haben wir heute schon mal gehabt. 3 Stunden Zahnbauen, 3 Stunden Abbauen, 1,5 Stunden Fliegen. 1,5 Stunden Fliegen. Hier beim Sitzen ohne Bier, das gibt es normal auch nicht. Nichts mehr. Nur mal Wodka. Was ist weggegangen? Ja. 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 Das war's. Ja, geil. 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 Ja, geil.